Wow, willkommen im Wasserpark-Paradies, Leute. Wow, Alter, ein Piratenschiff. Guck dir das mal an, die krassesten Rutschen hier. Alter, ein Freefall Tower und die höchsten Rutschen der Welt. Alter, das ist der Traum. Wow, guck mal, wo wir hier angekommen sind. Schau mal, das müssen wir uns unbedingt ankunden. Komm, lass uns rausgehen. Wir sind hier mit dem Schulbus angekommen. Unsere Klasse hat sich schon längst verteilt. Die sind alle schon längst drin. Wir sind hier einfach die letzten. Okay, komm, lass uns mal hier durch. Hast du deine Karte hier? Ich habe keine Karte. Komm, können wir einfach durch. Ja, okay. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall drin im Wasserpark-Paradies, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig nice. So, dann probieren wir mal aus, würde ich sagen. Pesten wir mal ein paar Rutschen und erkunden mal den Wasserpark, würde ich sagen. Let's go. Sollen wir vielleicht ein bisschen hier rumschauen? Okay, dann schauen wir mal. Okay, hier ein bisschen Wasser gucken. Oh, guckt mal da. Ja, guckt mal, da können wir hin. Lass uns hier hingehen. Diese nice Rutschen zu erkunden. Oh ja, oh ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, Leute, da wären wir angekommen bei einer Riesenrutsche. Schaut mal, hier muss man mit diesem Ding hier runterrutschen. Oh, das wird richtig abgefahren. Schaut mal. Oh, das wird gleich richtig krass. Guckt mal diese Rutsche an. Das ist unsere erste Rutsche hier im Wasserpark. Okay, let's go. Komm, lass uns hier reinsetzen und die erste Rutsche mal ausprobieren. Okay, kann man hier zu zweit rein? So, was, wenn du die festhältst? Okay, oh mein Gott, Abfahrt. Abfahrt, Leute. Huhu. Let's go. So, ab geht's. Schon viel. Oh mein Gott. Wo ist das ganze Wasser? Ah, mein Kopf. Aua, wo ist das ganze Wasser, Leute? Ah, hier ist kein Wasser. Das ist alles so gar nicht rutschig. Ah, hier ist das Wasser. Oh. Uh, das war auf jeden Fall ein Ritt. Ich sag's. Oh, geht's dir gut? Nein. Ah, dein Kopf. Dein Kopf. Oh nein, pass auf. Pass auf, dein Kopf auf. Ähm, also ich muss schon sagen, die Wasserrutsche hier, ich würd sagen, vielleicht nicht die beste. Also, dass da kein Wasser fließt. Oh mein Gott, einfach ein Hamsterball. Uh, ich kann nicht, ich halte dich auf. Ich halte dich auf. Ah, nicht überrollen. Aua. So, dann würd ich sagen, testen wir mal die nächste Rutsche. Es gibt so viele Rutschen hier. Guck mal. Sollen wir die nächsten testen hier? Rot und Blau. Oh, die können wir Dings machen gegeneinander. Dann machen wir einfach Rot versus Blaue Rutsche. Rote Rutsche oder Blaue Rutsche. Welche ist besser? So, Leute, dann wären wir bei der roten und blauen Rutsche. So, die testen wir aus hier mit diesen nicen Kokodilen hier. Die aufblasbaren Kokodile. Damit lässt es sich auf jeden Fall richtig cool rutschen. Oh, oh, oh. Oh, pass auf, pass auf. Oh, pass auf. Nein, nicht runterfliegen. Oh nein, halt dich fest. Halt dich fest. Oh nein, nein, was passiert da? Nein. Oh, oh. Oh, du hast dich gerade noch so gerettet auf diesen fliegenden Kokodil. Alter. Hier ist Kokodil. Ey, guck mal, wie das abgeht. Oh nein, das ist versunken einfach. Nein. Komm schnell hoch. Oh, oh. Diese Kokodile sind auf jeden Fall sehr gefährlich hier. Da muss man richtig aufpassen. So, Leute. Ich probiere mal, mein Kokodil hier zu zähmen. Komm, Kokodilchen. Okay. Pass mal in die Rutsche rein. Okay. Ich hoffe, du passt. Aber ich weiß gar nicht, ob er reinpasst. Müssen wir ausprobieren so. Der passt gar nicht da rein. Ich schiebe den mal so, Kokodil. Geh rein da. Oh nein. Oh nein, komm da durch. Oh nein, du hängst den Boden fest. Ah, Hilfe. Komm raus, komm raus. Oh nein. Oh nein. Wir können gar nicht da mit dem Kokodil rutschen. Oh, dann müssen wir das Kokodil leider verschieben. Zack. Okay. Dann springen wir auf drei los. Okay. Eins, zwei, drei. Let's go. Ab geht's. Alter. Aua. Das tat weh. Ist auf einmal eine kleine Rutsche hier. Oh, bei dir ist ein bisschen mehr Wendungen. Oh, da kommt jemand rausgefahren. Und zack. Hui. Oh, nice Rutsche. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den anderen zwei. Die sind auf jeden Fall viel cooler aus, finde ich. So, Leute. Da wären wir hier bei den nächsten Rutschen. Oh. Ein Geist. Ein Geist. Alter, wo kommst du denn her? Oh, hast du mich erschreckt. Oh. Alter. Geht's dir gut? Ich glaube, das waren die Pommes. Die waren zu viel. Du hättest nicht die Pommes essen sollen. Dieser Ketchup war, glaube ich, nicht so gut. So. Oh, ich glaube. Oh, nein. Vorsicht, das Krokodil. Ja. Oh, mein Gott. Das rutscht mir gleich beide runter. Oh, nein. Ist nicht runtergefallen. Abflug mit dem Krokodil. Leute. Wow. Wow. Alter. Ich hab's erwischt. Ah. Oh. Mein Rücken. Ah. Ah. Die Rutsche ist ja gefährlich. Diese Rutsche ist gemeingefährlich. Mein Rücken hat... Ich hab meinen Rücken gebrochen, Leute. Oh. Oh. Alter. Oh, mein Gott. Ein Beyblade. Ein Beyblade, Leute. Guck mal. Ein lebendiges Beyblade. Oh. Was passiert, wenn man diesem Beyblade ein kleines TNT gibt? So. Ein Beyblade TNT. Ein TNT Beyblade. Oh. Abflug. Abfahrt. TNT Beyblade. Wuhu. Oh. Oh. Ah. Hilfe. Der Boden ist viel zu glitschig. Wir Beybladen hier. So, Leute. Probieren wir die nächste Rutsche. Oh. Die nächste Rutsche aus. Die rot. Die karierte dort. Die blau-gelbe Rutsche. Let's go. So. Oh. Da hat sich jemand den Kopf angestoßen. Oh. Leute. Ich glaube, dieser Wasserpark tut uns gar nicht gut. Guck mal. Oh nein. Oh nein. Sie. Oh. Oh. Ich glaube, da ist jemand. Ich glaube, da ist jemand besessen hier. Ah. Hilfe. Da ist jemand. Dieser Wasserpark ist hier einfach, glaube ich, verflucht. Kann das sein? Das ist ein verhexter Wasserpark. Und zwar mit dem Schwimmnudel hier testen wir die nächste Wasserrutsche. So. Ich fliege. Ich rutsche diesmal am besten auf den Rücken. Ich glaube, das ist die Geheimtechnik. Hier auf dem Rücken hat man mehr Kontakte. Und dadurch rutscht man, glaube ich, viel, viel schneller. So. Ich lasse mich mal fallen. Und eins. Und zwei. Und drei. Ich lasse mich fallen. Und Abflug. Wuhu. Ich rutsche. Ich rutsche. Ich werde schneller. Ich werde schneller. Ich werde schneller. Oh. Auf dem Rücken, Leute. Auf dem Rücken. Wuhu. Okay. Es geht. Es geht langsam voran. Okay. Ich bin nicht ganz so schnell tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Alter. Oh. Alter. Die Rutsche. Die macht hier so Loopings. Oh mein Gott. Aber ich bin. Ich glaube, ich bin zu langsam. Ah. Wir sind einander gestoßen. Aua. Oh mein Gott. Guck mal. Die Rutsche. Die macht. Die ist einfach hier. So. Wir waren aber nicht schnell genug. So. Jetzt. Schnell hinterher. Schnell hinterher. Juhu. Komm schon. Und ab ins Wasser. Juhu. So. Das nenne ich mal auf jeden Fall. Eine frische Abkühlung. So. Ich muss mich mal kurz hier abkühlen. Die krass verwibbelten Rutschen. Das sind so Schlangenrutschen. Guck mal. Drei Stück auf einmal. Die gefährlichen Schlangenrutschen. Let's go. So Leute. Da werden wir bei den nächsten Rutschen. Die Schlangenrutschen. Okay. Rutschen. Die sind nämlich glaube ich richtig gefährlich. Okay. Ja. Die nennen wir welche. Eins. Zwei. Oder drei. Hm. Welche nehmen wir. Die da. Die grüne. Okay. Dann auf drei springen wir. Okay. Eins. Zwei. Und Sprung. Let's go. Wuhu. Alter. Wow. Alter. Wow. Oha. Oha. Wir sind verhackt. Wir haben uns verhackt. Oha. Alter. Diese Rutsche ist ein bisschen durchsichtig. Alter. Wie abgefahren. Sieht das aus. Leute. Guck mal. Oha. Alter. Diese Rutsche ist ja abgefahren. Junge. Oha. Dies bis jetzt. Oha. Mein Gott. Das ist. Alter. Wie ist das schnell. Oha. Das war schnell. Das ist der Turm war schnell. Oha. Die Rutsche ist ja richtig abgefahren. Oha. Mein Gott. Leute. Die Rutsche ist ja richtig heftig. Ey. Das war bis jetzt die beste Rutsche überhaupt hier. Okay. Leute. Die letzten zwei Rutschen. Let's go. Lila blau. Lila blau. Lila blau. Um blau. Let's go. Wuhu. Abflug. Aua. Kopf gestoßen. Oha. Wasserbahn. Wuhu. Oh mein Gott. Ich seh nichts mehr. Hier schwindelig. Hier schwindelig. Hilfe. Ah. Ich seh nichts mehr. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Die Rutsche. Oh. Alter. Das ist ja eine komplett abgefahrene Rutsche. Das ist die beste Rutsche überhaupt. Ah. Ich muss kotzen. Oh. Oh. Mir ist schwindelig. Oh. Ich bin so grün wie meine Flossen. Oh. Das war zu viel gerutscht. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich glaub ich muss kotzen. Ah. 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 Oh. Oh. Da kommt noch jemand angeflogen. Da kommt noch jemand. Und. Oh. Aus der blauen Rutsche. Und. Wuhu. Abflug. Ich glaub. Oh. Ist die nicht schwächt? Oh. Sie hat es richtig gut überstanden. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen. Holen wir uns was zu essen. Ich habe tierisch Hunger. Oh. Mh. Eine nice Pommes im Wasserparadies. Wasserpark. Oh. Das ist das beste. Und noch ein Eis. Oh. Erstmal den Bauch vollschlagen. Jam. Jam. Oh. Ist das geil. Oh. Jam. Das ist mal richtig lecker. Ich sag's euch Leute. Das war auf jeden Fall hier ein Tag im Wasserpark hier zusammen mit mir verbracht. Leute. Wie findet ihr die Rutschen? Schreibt mal gerne rein. Und ansonsten gebt einen Daumen nach oben Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Und macht's gut. Ah. Ciao. Ah. Mein Auge. Hilfe. Ich werde hier gecatcht. Oh. Lecker Eis. Jam.